warum ist es denn so schwierig aus diesen ganzen alten glaubensmustern programmierungen und kindheitserfahrungen herauszutreten und die hinter dir zu lassen ich bekomme ja das ganz oft in den gesprächen mit ja ich weiß ja schon um was es geht ich weiß es auch schon lang ich habe auch schon viel gemacht und trotzdem es hat sich nicht viel verändert woran liegt das ich möchte heute in dem video mal diese frage näher beleuchten und aus meiner sicht so wie ich es erlebt habe auf meinem weg diese programmierungen zu löschen und hinter mir zu lassen was wichtig ist und worauf es ankommt damit du weiter kommst also bleibt dran gleich geht es weiter deine helga ja herzlich willkommen zum heutigen video über das programmierung löschen glaubenssätze verändern und warum das so schwierig scheint und auch so lange dauert zum einen liegt es vielleicht daran was habe ich bei mir erlebt dass die geduld auch nicht immer die beste ist weil wir sind ja schon alle länger auf dem wege und haben schon vieles gemacht dies und jenes und da ist auch der verstander dann sagt ja eigentlich müsste doch eigentlich jetzt schon längst weitergehen habe schon dies gemacht und jenes gemacht und naja scheint alles nicht zu wirken und da kommt dann leider ganz oft dieses gefühl hoch dass ja auch wieder ein programm ist nicht zu vergessen das kriege ich doch wahrscheinlich nicht hin bisher hat es ja auch nicht geklappt also ganz oft klappt es aus dem grund schon nicht weil hinter dem programm was du löschen möchtest noch ein anderes liegt nämlich ich kriege es nicht hin ich kriege es nicht hin ich bin zu blöd so oder ich habe noch nie das hinbekommen warum soll es jetzt funktionieren es ist zu schwer ich weiß es nicht ist auch so ein gern genommenes programm höre ich oft wenn ich sage du grabe da mal tiefer was kommt denn ich weiß es nicht sag ich gut schreib auf auch zu löschen kannst du gleich anfangen mit dem ich weiß nicht programm löschen und abgeben also ganz oft sind hinter diesen programmierungen oder davor besser gesagt aber nicht sichtbar davor andere verhinderte glaubenssätze und dadurch kannst du den eigentlichen den du löschen möchtest gar nicht wirklich loswerden weil in dir sagt jemand eine innere stimmen wird ja eh nicht funktionieren mach du mal hat bisher auch nicht geklappt also warum soll es jetzt gehen ein weiterer punkt der mich auch längere zeit hat stagnieren lassen ist dass ich es nach und nach auch natürlich erkannt habe dass ich ständig diese programme die ich im grunde loslassen wollte und löschen wollte durch mein denken am leben gehalten habe das heißt ich habe zwar gelöscht und soll ich nicht mehr haben brauche ich nicht mehr ist altes zeug das war dann auch erst mal weg aber dann im alltagsgeschehen ist mir aufgefallen durch beobachtung meines denkens meiner meines verstandes was der so vor sich hin plappert dass ich ganz auch eben genau das programm wieder ja angestoßen habe in dem ich dann sagt ja ich kriegst nicht ich kriegst nicht hin sondern ich ja ich bin halt allein war halt immer schon so ja muss immer als alleine machen hilft mir auch heute noch keiner bin schon so alt aber immer noch hilft mir keiner woran liegt das bloß und also zeug dadurch wurde mir bewusst dass ich sobald ich ein programm gelöscht habe oder hinter mir lassen wollte der innere saboteur sagen wir es mal so dein ego dein verstand dass du das reden das steht immer und immer wieder erfolgt dieses denken was ja wie so ein ewiger wasserfall ist und immer wieder was verstärkt genau diese glaubenssätze und programme verstärkt hat und damit konnte sie nie effektiv los werden immer nur ein bisschen bisschen aber nicht so richtig woran es auch liegen kann und das war bei mir jetzt zwar zwar nicht so sehr der fall will ich war da immer sehr gut im reingraben woher denn etwas kommt warum ich etwas erlebe ist das nicht immer genau hingeschaut wird nur das oberflächliche gefühl der wut der trauer der angst des sich nicht wohlfühlens oder das was auch immer auftaucht das weinen und das zaudern das wird abgegeben es wird aber nicht geschaut was denn im grunde dahinter für ein programm steht dass das aus gelöst wurde in dir das heißt wenn du also zum beispiel als kind erlebt hast du wurde allein gelassen und du bekommst dadurch angst und panik und heute bekommst du wieder durch irgendwelche anlässe im außen oder durchs denken im inneren diese panik du aber nur die panik sozusagen bearbeitet und die abgibst und die nicht mehr haben möchtest aber nicht den grund warum es damals vor 30 40 jahren angefangen hat dass es eben diese eine situation war und dass damit das programm angelaufen ist wenn ich alleine bin und ich jemand brauche und niemand da ist panik bekommen muss da ist sozusagen irgendwann mal in der vergangenheit eine situation gewesen du warst als mädchen als junge hilflos in der situation niemand da und bist in panik geraten und da ist das programm wohl entstanden dann also wenn ich alleine bin überfordert bin mit der situation bekomme ich panik und wenn du jetzt aber nicht diesen grund dann anfängst zu löschen also dass diese situation wo du erkennst an dem punkt hat es angefangen sondern du beginnst einfach nur die oberfläche die auswirkungen zu bearbeiten kommst du auch nicht auf den punkt und kannst dann sozusagen nicht letztendlich die sache des übeln mit der wurzel rausziehen du ackerst sie immer an der oberfläche bringst dich nicht unbedingt weiter oder du hast folgende situation du arbeitest zwar an der wurzel unten also bist schon ganz unten am übel und beginnst das zu eliminieren hast aber übersehen dass dein verstand in gewissen situationen dir diese panik suggeriert dass du jetzt ja in dieser situation wieder panik bekommen muss weil es ja immer schon so gewesen ist und schon beginnst du es wieder zu machen das kann man gut an einem beispiel mit der badewanne so bildlich als metapher wieder mal beschreiben da ist es eine badewanne die läuft mit wasser voll und diese badewanne ist alt die hat noch keinen so überlauf wo das wasser quasi bevor es überläuft in diesen überlauf geht das wasser quasi abläuft und nicht über die badewanne rand hinauslaufen kann das fehlt an dieser badewanne also läuft die irgendwann über du erkennst die badewanne läuft über willst du nicht haben das ist alles nass also wirst fängst du an das wasser raus zu schöpfen aus dieser badewanne damit es nicht überläuft was du aber übersehen hast dass die badewanne ja weiterhin mit wasser gefüllt wird also fängst du an zu schöpfen zu schöpfen ja irgendwann ist sie halb leer wunderbar denkst du oder fast leer freust dich lehnst dich zurück und plötzlich denkst du warte mal es läuft ja schon wieder über was ist denn jetzt schon wieder ja natürlich das wasser lief ja wieder nach unbewusster weise über das denken wahrscheinlich über das eingefahrene verhaltensmuster und dadurch wenn der hahn nicht zugedreht wird und das ist verhalten ihm erkannt wird wann du etwas wie tust und damit den hahn zu drehst und sagst nee da mache ich jetzt einen stopp rein das mache ich jetzt so nicht mehr dann läuft es weiter und du kommst nicht aus diesem alten denkenschema raus aus dem alten angst thema und hast das gefühl du arbeitest im grunde umsonst was im endeffekt ja auch so ist weil es läuft ja nach ein weiterer grund warum es sich so ewig anfühlen mag ist dass du schon regelmäßig an dir arbeitest und auch die dinge löscht sozusagen und das machst du eine zeitlang und dann fühlst du dich gut und denkst du jetzt habe ich es endlich geschafft ich fühle mich jetzt prächtig und hörst auf mit der erforschung und dem beobachten dessen was ist und du denkst ach wenn es dich sozusagen im frieden und glaubst naja hast alles erledigt jetzt kannst du dich zurücklehnen und dein leben genießen und schwuppdiwupp fängt wieder dieses alte innere programmchen an zu laufen weil es halt doch noch nicht total gelöscht war oder dein verstand wieder anfing an der schraube zu drehen ja du bist ja doch nicht gut genug weißt du doch ja deswegen wachsam bleiben dranbleiben auch in diesem jetzigen moment immer und immer wieder eintauchen und dich beobachten was denn dein denken gerade wieder so mit dir vor hat das ist ein ganz ganz wichtiger aspekt und darum finde ich auch die die lehre von Eckhart Tolle so wunderbar weil er ja genau auf diesen aspekt ja immer wieder hinweist wie wichtig es ist in diesem jetzigen moment einzutauchen und zu sein wenn du im jetzt bist und dich jetzt beobachtest was jetzt genau mit dir abläuft und was jetzt passiert nicht in der vergangenheit und nicht in der zukunft sondern jetzt in dem moment bist du genau am punkt da kannst du sehen was du mit dir machst und meistens wirst du entweder in der vergangenheit stecken oder schon in der zukunft und selten im jetzigen moment was wiederum dann bedingt wenn du dich immer in der vergangenheit aufhältst und alles noch einmal durchkaust wie so eine wiederkauende kuh auf der weide und ja damals war es so schlimm und da ach da hatte ich ja auch so probleme da war es nicht gut und dort und dort auch nicht und dann es in die zukunft projizierst ja warum soll es denn in zukunft besser werden ich habe es doch bisher auch nicht geschafft weil dann gucke mal warum soll es diesmal funktionieren nächstes mal werde ich wieder versagen wieder den passenden partner nicht finden und wenn einer kommt ist es mit sicherheit nicht der richtige ja und so weiter das wird sehr gerne genommen von der vergangenheit in die zukunft projiziert und dann daran geglaubt und dadurch manifestiert sich das ganze in der zukunft ist nicht sehr sinnvoll oder und wenn du da jetzt nicht in stopp rein hausen sagst warte mal was mache ich denn da gerade mit mir bin ich denn ganz verrückt inzwischen ich projiziere aus der vergangenheit wieder was in meine zukunft und dann ärgere ich mich darüber dass meine zukunft genauso ist wie die vergangenheit naja da läuft doch etwas ziemlich schief als ich das dann mal so richtig durchschaut hatte mit der zeit dachte ich mir eieieiei nun wird mir aber klar wo mein leben so hart war wie es hart war das ist doch aber nun nicht mehr sinnvoll das weiter so zu zu laufen zu lassen diese programme und habe ich rigoros angefangen im jetzigen moment so oft es ging zu bleiben über meinen atem mich in den jetzigen moment zu bringen jegliche störquellen auszuschalten wie radio fernsehen und andere medien auf ein minimum zu reduzieren in meiner freizeit und einfach mit dem was dann ist zu sein ohne mich in eine ablenkung zu stürzen was mich am anfang ganz schön überwindung gekostet hat weil natürlich fühlte ich mich dann ein bisschen unbeschäftigt ich saß dann einfach da es war total still ich konnte dann auch leichter meine gedanken hören fühlen und erkennen und dann wurde mir immer bewusster was ich mit mir angestellt habe oder mit mir anstelle was mich dann natürlich am anfang ganz schön gefrustet hat weil es war sehr sehr viel negatives gequatsche in meinem kopf sehr viel doch die tatsache ist halt nun mal die wenn du nicht weißt was du mit dir anstellst kannst du das was du mit dir anstellst nicht abstellen das heißt wenn du nicht bewusst wirst und dich bewusst in den jetzigen moment bringst wie immer du das auch tust durch atmen meditation spazieren gehen wie auch immer du es schaffst da reinzukommen egal komme rein finde den eigenen weg in das jetzige momentchen einzutauchen und zu entscheiden und das ist das wichtige dazu noch entscheide dass du wenn du in dem jetzigen moment bist erkennen möchtest was du denkst was in dir abläuft und dann wenn du was erkannt hast aufschreiben dann vergisst die dinge sehr schnell wieder aufschreiben alles alles aufschreiben und nach und nach füllt dir dieser Block auf und du siehst ich habe doch ganz etliche von nicht sehr produktiven Programmen und Denkstrukturen und erst dann wenn du die weißt kannst du sie ja verändern wenn du es nicht weißt wie willst du es ändern es gehört also auch eine ganz gehörige Portion Disziplin dazu sozusagen ein dranbleiben eine Geduld die aufgebracht werden darf um bei sich zu bleiben um regelmäßig im jetzigen moment zu sein um dann zu erkennen was du denkst um dann auch noch tiefer einzutauchen in das Gedankenmuster und das dahinter liegende Programm dieser Anfang dessen wo es anfängt zu erkennen und dann auch noch zu guter Letzt das Ganze in der goldenen Kugel zu bearbeiten und dann auch noch ein positives neues Programm zu installieren als Abschluss ja wenn du das alles regelmäßig tust bist du in ziemlich schneller Zeit dann durch das ganze Dilemma durch und hast es hinter dir und bist dann endlich mal bei dir und erkennst dich das heißt noch nicht dass du dann auch alle Programme schon gleich gelöscht hast aber du bist zumindest mal Schöpfer deiner Realität mehr als zuvor und du erkennst was du mit dir machst du erkennst aha das habe ich so und so programmiert oder mich programmieren lassen und das mache ich heute noch indem ich so denke das tue so fühle und das ausstrahle und darum bekomme ich diese Resonanz erst wenn du an dem Punkt wirklich bist und es auch anerkennst dass es eben so ist und dann sagst okay das ändere ich jetzt erst dann kannst du diesen Weg komplett bis zum Ende weitergehen bis alle diese Strukturen und Programmierungen und Glaubenssätze auf dich erst mal immer weniger Einfluss haben du sie immer schneller erkennst sie immer schneller wieder wegschiebst oder löschen kannst und sagen nee mit mir nicht mehr weil die werden wieder auftauchen die sind schon lange in dir drin es ist wie ein ganz alter treuer Genosse der ständig an dir klebt wie eine zweite Haut und die werden wieder auftauchen da hatte ich ja auch so meine Schwierigkeiten ich dachte das kann doch nicht was sein dieses Programm ich bin immer allein ich werde immer allein gelassen hauptsächlich von dem männlichen dem Mann siehe mein Vater das verfolgt mich ja wie so ein ja wie so ein Fluch fast schon da habe ich am längsten gebraucht dieses abzugeben und alles allein machen zu müssen war das zweithärteste ich habe es dann geschafft nur es war wirklich zäh zäher als jeder Kaugummi den du jemals gehabt hast und den du jemals dich beschäftigen musstest wahrscheinlich wirst du auch Programme finden die zäh am zähsten sind und genau da gilt es dann dran zu bleiben und zu sagen das kriegen wir auch noch hin da geben wir jetzt nicht auf mit mir nicht ich bin Schöpfer meiner Welt ich mache es du Programm wirst verschwinden ich kriege dich weg das ist Fakt so nun habe ich dir ein bisschen einen Einblick vermittelt woran es liegen könnte was du vielleicht nicht so schnell gerade vorankommst wie du gerne wollen würdest und was natürlich auch ganz wichtig ist dass du dich nicht so sehr unter Druck setzt zum Abschluss des Videos noch ein ganz wichtiger Hinweis nicht nur ackern ackern abgeben machen tun vergiss nicht dass du auch noch ein Mensch bist der sich mal ausruhen sollte sie es gut gehen lassen sollte und nicht ständig nur im Kampf gegen die Programme wie eine Art Kämpfer vor sich hin wurstelt und arbeitet bis zum Umfallen das bringt auch nichts dieses Balance System gilt auch da machen aber auch ausruhen erkennen und tun annehmen und abgeben bleib in dieser Balance zwischen dem was du machen sollst und was du machen kannst und wo du dich dann wohlfühlst und du wirst weiterkommen wenn du dir zu viel Druck machst klappt es auch nicht schneller kenne ich aus eigener Erfahrung ich war auch immer diejenige die gern Druck gemacht hat das muss aber jetzt klappen Perfektionist ist auch eingestellt so muss es gehen und nicht anders aber natürlich das Leben sagt dir schon dass es eben so nicht geht und dann gilt es eben das anzuerkennen und zu sagen ja gut okay dann eben anders wenn es so nicht geht aber irgendwie kriegen wir es hin ich wünsche dir dass du dran bleibst an diesen alten Strukturen die dein Leben so stark in was rein manövriert haben und immer noch tun sozusagen wo du immer noch nicht glücklich bist nicht selbstbestimmt bist nicht erfüllt leben kannst nicht im jetzt leben kannst und in der Fülle leben kannst mit dem Menschen den du liebst oder mit dem genügenden Umsatz den du machst oder Einkommen das du hast du hast die Kraft dazu und du hast auch die Macht deshalb bleib dran gib nicht auf konsequentes Tun bringt die Heilung und die Erlösung das ist meine Erkenntnis über meinen Weg der garantiert auch sehr lang gedauert hat ja sehr lang ich bin jetzt bald 55 und ich habe schon relativ lang dafür gebraucht aber ich hatte auch nicht so ideale Werkzeuge am Anfang die sind mir erst nach und nach zugefallen zugespielt worden oder ich habe sie auch noch modifiziert dass sie für mich optimal gepasst haben habe was dazu getan und Dinge verändert und dass es für mich optimal funktioniert hat ich wünsche dir eine erfolgreiche und inspirierende Zeit ein dranbleiben können und ein gutes vorankommen auf deinem persönlichen Weg für Fragen und für Infos und Coachings bin ich ja gerne für dich da du kannst mich über meine Homepage erreichen oder mir eine E-Mail schicken beziehungsweise ein SMS ich freue mich auf dich ich freue mich drauf wenn ich dich unterstützen darf damit du dein Ziel ebenfalls erreichst und bei dir ankommst alles Liebe ich grüße dich und ich grüße das göttliche Licht in dir alles Liebe Namaste deine Helga Ciao und ich grüße dich und ich grüße dich und ich grüße dich das göttliche